Und damit heiße ich euch heranzlächst. Willkommen in Prison mit dem guten Kundra. Schönen guten Tag. Und einen pinken Klostein. Und einen pinken Klostein? Ja, das ist wichtig für manche Zuschauer. Können wir den mitnehmen? Nein, aber es ist jedes Mal ein anderer. Weißt du. Und es ist kein Anschneidwort, den ich zum ersten Mal dachte. Ich habe das nicht als Klostein interpretiert. Äh, nicht mal als Klo. Hier ist noch ein Brotchen und bei mir ist ein Gegner. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist noch mal nichts. Komm ich da hin? Oder ist es so weit weg? Nee, shit. Hätte ich direkt hinlaufen müssen hier. Nein, ich muss hin. Oh Mann, was tust du? Das ist verkackend mit dem Springen, ey. Du, Killer. Ach, jetzt macht hier einer das Gas an. Ja. Ich habe eine T2-Axt für dich. Das ist schön. Oh, hätte er einen anderen Schrank aufgemacht, hätte er Knuckles gefunden. Oh. Lass es bitte. Ach, ja. Das ist echt gut. Das sind nur blänke Fäuste. So, eigentlich würde ich gerne direkt die rote hier aufmachen. Ähm. Okay, warte, ich habe hier ein Fässchen. Ja, hier ist auch ein Fässchen. Fässer sind hier überall. Ja, ja. Also, verkaufe ich kurz. Und dann bringe ich eins mit, oder was? Das ist bei mir der nächste Gegner. Ach so, sag doch was, Mensch. Ja, wusste ich ja auch erst noch nicht. Okay, dann laufe ich. Dann laufe ich. Dann laufe ich. Dann laufe ich. Genau den Weg. Noch kurz deine Axt langsam hin. Komm mir hingegen, wenn du es nicht schaffst. Noch 200 auseinander. Rechts von uns, äh, rechts von mir wird gekämpft. Jetzt haben wir beide geschubst. Aua. Oh shit. Hau Explosive Runs rein. Ich komme dir hingegen. Hast du dich was zum Heuer? Nein. Nein. Mann, ich... Hat der mitnach verloren. Ja. Deine Axt. Danke. Mein Messer. So, jetzt darf ich hier kurz mein Expo verkraften. Oh, mein Gott. Ach, ein Bellenberg. Ein Bellenberg. Oh, ist voll da. Andächtig. Hat der Junge schon zwei Kills gemacht. Ich war noch nicht mal da. Haben sich mir auch hergemacht. Was haben wir drin? Ne Machete. Könnt ihr. Meins? Also, ja, ich habe immer noch genug Funk, um meinen Airdoppelzeiten zu rufen. Okay. Ja. Verkauf. Guckst du das Messerchen und dann können wir... Ach, das Verkaufen muss ein bisschen schneller gehen. Achso, ich habe einen ManTracker. Ist gut. Jo, straight. Geradeaus. Okay. Unter 100. Links. An der Säule vorbei. Da hinten werde ich sehen. Der hat da was vorbereitet, oder? Ich glaube, er hat einen Stein. Er craftet sich gerade. Ja, ja, ja. Die haben uns noch nicht bemerkt. Doch jetzt haben sie uns bemerkt. Doch. Vorsicht hinter dir. Die. 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 Vorsicht. Die switcht immer. Komm wieder. Komm wieder. Alter. Ich versuch die ganze Zeit hinterher zu kommen, aber die läuft noch. Die. 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 ja gut da wurde ich jetzt gerade gebackstabt das ist ein bisschen schade gewesen ich halte so kalkuliert hatte in zwei späer und ich hatte und sich abheben zum teil und ich soll den sagen guter ehrlich so wie wir waren das ist jetzt 20 auf dem explosiven er lebt halt ein team noch und ein einzelner auch noch das sind wie wir jetzt haben die waren ich kann selber nach ich soll dich fragen ob du schon die beiden explosiven aufgehoben hast geht es im ernst hat er gerade gefragt noch nicht ach so ja das da und ein c4 wir spielen hier mit insider infos naja gut kannst du beide zusammenlegen da ist auf jeden fall ein kill raus ich höre jemanden ich sehe sie nicht ist auch wenn du beide nebeneinander liegst ich weiß nicht ob es der einzelne ist das problem nein das ist nicht der einzelne es ist ein team wir müssen auch weg hauen alter ich hab drei ja du musst echt aufpassen die explosionsreichweite sind enorm hoch ich könnte dem einzelnen den sieg schenken ein bisschen wenn du zu nah dran bist nein das ist ein gegner unten dran er läuft mit aufgeladenem schlag hinter dir der eine ist fast down ja hinterher unten jetzt hat aber hinter die aufgeladen schönes ding kummer ja wir machen hier insider infos ok sehr schöner block sehr gut nochmal er ist rot das kostet ihn den sieg uuh liegt da auch noch nix raus ach ne ist ein pfeffer spray ob ein automaten da wäre noch ein roter mhm ihre külter dir ich ähm er ist er kommt wirklich er hat der body armor ja er gibt mehr auf den body armor schn oh mist schön vielleicht nochmal oh schöner backstab oh die arm ist weg das sie jetzt nicht bewerfen schön oh 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 richtig geil künrad holy shit holy shit ey alter und das alles ohne background im vorst oh ja gut das mit dem mit den explosifern gut das mit dem explosifern natürlich ein geiler typ wobei ich da ja auch durchaus ein bisschen schaden selbst gemacht habe also der hat ich weiß nicht ob der speedy spear hatte ähm der hatte explosive runs drin oder das sogar ja puh ja leute ne deine runde war es deine ach ja ich bin doch eigentlich gar nicht mehr da also meine liebe freunde oh danke fürs dabei sein ich hab einfach ich bin sprachlos er hat echt drei leute weggelaufen unglaublich was ne folge macht es gut bis zum nächsten mal tschüss haha unfassbar tschüss